Herzlich willkommen beim Ruhrpott. Der Ruhrpott ist ein neues Format des Fachgebiets Raumplanungs- und Umweltrecht an der TU Dortmund. Das Team des Fachgebiets ist ein interdisziplinäres Team und besteht aus Juristinnen und Juristen und Raumplanerinnen und Raumplanern. Beim Ruhrpott geht es darum, aktuelle und kontroverse Themen zur Debatte zu stellen und auf wissenschaftlicher Grundlage zu analysieren. Dabei geht es uns nicht nur darum, die fachwissenschaftliche Community anzusprechen, sondern ein breites Publikum aus Praktikerinnen und Praktikern, Studierenden und vielen weiteren Interessierten zu erreichen. Durch Überspitzungen und eventuell auch Provokationen wollen wir zur Diskussion anregen. Gerne können Sie uns auch auf unseren Social Media Accounts, auf Instagram, Facebook, Twitter und YouTube auch gerne konstruktive Kritik dalassen. Und wir freuen uns natürlich über jegliche Art von Feedback zu unserem neuen Format. Herzlichen Dank und viel Spaß beim Zuschauen. Herzlichen Dank.